hallo und herzlich willkommen zurück zu fields of misty wir haben genau die mitte des monats morgen hat dosi geburtstag mal sehen ob ich das vergesse und ja das sieht ja schön aus mit dem das ist mir vorhin noch nicht aufgefallen so erst mal harvissen was wir haben können das sieht doch gut aus dann können wir auch gleich gießen mal das war falsch das ist ja doof da wollte ich an so ich bin gespannt ob wir endlich mal unser käse jetzt machen kann das wäre schon sehr hilfreich damit wir mal weiter kommen hier streicheln ich habe schon wieder schon wieder vergessen die eier reinzumachen die küste naja machen wir das halt jetzt noch mal ich habe auch vergessen sie rauszulassen was steht dann noch so an mina eigentlich nur muss man ja diese steine auf ich weiß nicht ob ich noch mal diesen fisch suchen soll ach ja und wir haben ja was freigestellt glaube ich oder letztes mal ja mal gucken was wir da so kriegen ist die bock hast du eine dickere dekoration oh gott ist das riesig okay ach so immer noch die krist kein interesse danke wir gehen dann die mine und sterben hoffentlich nicht mal gucken wir uns anstellen nicht ins museum da müssen wir eigentlich könnten wir wollen wir gehen noch mal ausgraben das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht mal gucken was wir so finden mal gucken was wir so finden so okay das war nicht so spektakulär oh okay haben wir alle schon schade schade hier gibt es keinen aber hier unten habe ich noch eingesehen haha und die blume schön na gut dann geht es jetzt ab in die mine tue 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 so ach wir werden sterben nein wir denken positiv Okay, ein Schleim hier ist nicht schlimm. Und wir haben ja jetzt auch zwei Rüstungen, also theoretisch. Oho, oho, das war ja gut. Warum bin ich bloß so gut? Ihhh, Ihhh, wer bist du denn? Geh mal weg. Danke. So. Ich will nur das Eisen für meine Rüstung. Oh, den haben wir schon. Ja, der flitzt so schnell, den hatten wir schon. Aha. Ach, der ist... Uh. Du bist schön. Komm her. Crystal Wing. Das gefällt mir. Geh weg mit deinen Stein. Brauche ich nicht. Hoffe ich doch. Aha. Geh weg. Ich will einfach nur durchlaufen. In der Hoffnung, dass hier die Leiter ist. Oder so, vielleicht. Ah, ich bin... Ich bin auch noch genau da reingerannt. Die Böfung. Na gut, dann komm her. Haha. Das ist gut. Da ist sie. So. Ah, Ihhh, ey. Aber die machen nur noch 20 Schaden. Das ist trotzdem kacke, aber... Hallo. Okay. Okay. Aua. Okay. Jetzt aber. Okay. Ich bin zu doof. Ach, geht doch. Steine. Haha. Gibt's hier noch eine Schatztruhe oder so? Nö. Aber was zum Harvisten. Ähm. World. Wo führt uns dieser Ding hin? Nach hier unten? Also dieser Strudel. Ja. Okay. Oder es gibt zwei verschiedene Strudels. Wir gucken einfach mal. Kannst du mal aufhören? Danke. Oh, das ist cool. Ah, guck mal hier. Ja. Gib mir. Danke. Und tschüss. Ah. So. Okay. Hä? Oh Mann. Ich komm nicht mehr dazu. Okay. Dann machen wir das halt so. Lauf. Bis jetzt läuft's gut. Na? Würde ich behaupten. Ich darf das immer nicht zu früh sagen. So. Geh weg. Dich mag keiner. Ah. Geht der Stein auch noch weg. Wo ist die gute leider? Wo ist das Brokkoli? So tief in der Mine wäre komisch. Aber ich glaub. Ja. Hatten wir schon. Geht mir die Leiter. Geht mir die Leiter. Geht mir die Leiter. Oh, hier ist sie. Gibt's da noch eine Truhe? Glaub nicht. Ich könnte mal diesen Fisch angeln. Vielleicht gibt's den auch eher in der Mine den Fisch. Aber ich will nicht. Hm. Das ist die letzte Station ey. Ich treff noch nicht mal. Wenn beide hüpfen wird das nichts. Ah. Geht doch. Es ist schon 20 Uhr. Das ist doch doof. Die letzte Leiter. Nee. Mh mh. Geh weg. Muss mich anfangen. Ja, du auch. Oh ja. Ich glaub den baue ich, oder? Ah. Das ist schon 20 Uhr. Wie ihr trefft mich unter Wasser. Mh. Schmecken wir das weg. Der hat ne... Aua. Hinten wir schon. Oh, ich hoffe einfach die Treppe ist nicht da. Sondern, dass sie irgendwo hier ist. Oh ja. Wir haben's geschafft. Yeah. Ab nach Hause. Oh ja. Oh ja. Doch, doch. Das war... Das war gut. Aber die ganzen Sachen, die wir finden sollten, haben wir nicht gefunden. Hm. Kein Glück gehabt. Egal. Ich seh süß aus. Wiii. Kommt eigentlich mal bald ein Fest, oder so? Wir haben kein Kalender hier, ne? Das wär schön. Wann mehr Feste wären? Das ist gruselig. Die Tür ging einfach nur zu. Man hat keinen Menschen gesehen. Was bist du denn? Werden wir nie erfahren anscheinend. Ah. Ich weiß auch nicht. Das... Ah, ne. Hatten wir noch nicht. Das ist gut. So. Können wir noch... Da ist auch so'n Ding, ne? Können wir ganz entspannt noch alles reinschmeißen. Was so geht. Und unsere Tiere reinlassen. Das ver... Oh. Das vergesse ich doch natürlich nicht. Höhöhöh. Das machen wir da rein. Die Lampe machen wir auch da rein. Hm. Irgendwie hätte ich... Wir haben noch viel mehr Sachen. Bin verwirrt. Den Pilz hatten wir doch auch irgendwo. Hä? Okay, keine Ahnung. Wir gehen die Tiere reinholen. Die schlafen schon. So. Voll süß. Was machen wir jetzt mit unserem Geld? Noch ein Tier kaufen? Oder uns irgendwas besorgen? Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Da ist der Pilz. Und dieser. Das müssen wir spenden. Das kann weg. Das würde ich auch sammeln wollen. Das spenden wir auch irgendwo schon mal, glaube ich. Das spenden wir. Das spenden wir und das auch. So. Nein. Stonehose. Mhm. Steinpferd. Ob das groß ist? Nö, es geht. Okay. Dann werden wir mal rechtzeitig ins Bett. Das wird das mal schaffen. Das ist auch mal ein Wunder. So. Okay. Das war gar nichts. So. Okay. Das war gar nichts. Okay. Das ist eine gute Ernte. Hm. Vielleicht ein Leckerli? Oder so? Heute musst du leider drinne bleiben. I'm sorry. Sonst werdet ihr krank. Das ist nicht gut. Jetzt können wir schon mal zwei Käse machen. Habe ich schon wieder vergessen, eins zu räumen. So. Wir brauchen aber sechs Käse. Sechs Stück noch. Naja, vier Jahre dann theoretisch. So, wir gehen mal im Laden gucken. Was wir kaufen können. Hatten wir schon, okay. Verkauft er nicht auch Leckerlis? Mal schauen. Wie? Ja, hier. Kau und Schicken. Okay. Aber nichts für andere Tiere. Okay. Dann halt nicht. Warum kann ich so nicht rüber sprechen? Achso, weil da eine Mauer ist. Okay. Oh. Haben genug Blue Burbys. Black Burbys sind das ja. Ab ins Museum. Das ist eine Ameise, ne? Von dir lasse ich mich nicht noch mal täuschen. Ich hebe die so oft auf, weil ich denke, das ist irgendwas anders. Hallo. Ja, aber gut. So. Yeah. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Zwei Sachen gleich abgehakt. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Geld. Und ein Latte. Und? Ja, okay. Aber ganz schön viel Geld, krass. Das können wir auch verkaufen. Das nicht. Ah, okay. Ah, okay. Beekeeper-Shirt. Den Hut haben wir ja schon. Und die Hose dazu. Jetzt haben wir ein ganzes Beekeeper-Outfit. Ganzes Beekeeper-Outfit. Das ist doch cool. Hallo, Marge. Könnt ihr auch mal wieder ein Ohr geben, ne? Aber ich weiß nicht. Ich hab mein Dating-Gott nach hinten gestellt, irgendwie. Hat nicht so die Lust zu... So, das haben wir. Das haben wir. Das waren Schuhe, ne? Das ist die Hose, die ich eigentlich wollte. Das ist ein Ring und das ist der Helm. Dann machen wir jetzt die Hose. Yeha. So. Das verkaufen wir auch. Das sieht doch schon gut aus. Jetzt kann uns nichts mehr besiegen. Hoffe ich doch. Schadzwitzen? Die hab ich. Hab ich nicht angenommen. So, weil zu wenig Geld wahrscheinlich. Aber ist egal. Machen wir einfach. So, habt ihr Leckerlis oder sowas? Hier ist Honig. Mein heiß gesuchter Honig. Nur falsches Spiel. Das ändert mich wieder dran. Ich will das nicht. Okay, habt ihr auch nicht. Ja, dann muss ich auf gut Glück. Mag doch bestimmt ein Käsesandwich oder so, oder? Guck mal, es regnet. Vielleicht kommen manche Fische ja auch nur bei Regen. Könnt's ja mal was probieren. Hier. Okay, warte an mich hier. Hier. Schwimm in meine Richtung. Nein. Los. Ja. Ja, genau. Und ran da. Und sei der richtige Fisch, bitte. Ich versuch, was wird. So, ab zum Badehaus. Dusi. Wo bist du? Da bist du. Hm. Was könnte ich dir geben? Ein Latte? Nee, ne. Magst du Obst? Ach, wie süß. Ach so. Ich möchte nicht. Danke. Die drei Hexen. Oh nein. Versammeln sich wieder. So. Tju. Noch ne Schal. Die müssen wir abgeben. Wie viele brauchen wir? Die drei Hexen. Hm. Müssen wir noch welche holen gehen? Und dann wollte ich mal wieder wissen, kochen. Mal gucken, was wir so kochen können. Ich muss mal die Dinger hier verkaufen, damit wir mehr Platz haben. So. Nee, halt stopp. Eins, zwei, drei. Das war doch auch wichtig, oder? Ah, zwei nur. Okay. Eiland wollte das doch haben, ne? Dann gucken wir mal gleich, wo Eiland ist. Ah ja, gute Frage. Strand ist auch niemand. Auf meiner Farm ist auch niemand. Was ist er denn? Das ist er ja nicht. Ach, das ist er, oder? Nee, das ist verliehen. Ja. Zinni, hi. Na? Mhm. Ein Drachen wäre cool als Held. Und sich denn damit befreien, dass er auch kommt. Da. Es fehlt noch so viel Käse. Eiland. Ist nicht da. So. Hm. 180, 50. 40. Sesam Brokkoli. Gut, sind's tut da. Mais haben wir noch einen. Ich bin auch wieder geizig, ne? Wobei wir könnten... Was war das? Ach, nur mit Thunfisch? Was soll ich denn mit den ganzen anderen Fisch machen? Vielleicht kann ich den dann doch verkaufen. Wer weiß. So, wo bist du? Er ist nirgendwo. Ach so, er ist im Museum. War er da vorhin gerade schon? Wer weiß das schon? Ich muss ja auch sagen, ich bin momentan wieder voll drin in Dreamlight Valley. Und ich hab mal die Story, glaube ich. Also von irgendeinem Spiel. Das ist ein Wunder. Dass ich mal einen Abspann vom Spiel mitbekomme. Ich bin schon stolz auf mich ein bisschen. Aber jetzt geht's erst richtig los. Und neues DLC und so kommt ja auch und alles. Ich bin gehypt. Ja. Aber ich glaube, Dreamlight Valley ist nicht so eins, was ich... ...let's playen würde. Ich mein, ich suchte es und macht voll Spaß, aber... ...weiß nicht. Ich freue mich auf alle Fälle auf die neuen, die im November rauskommen. Ich wollte da sowieso ja auch noch eine Abfrage zu machen. Auf welches ihr dann Lust hättet. Mal gucken, für was ihr euch entscheidet. Und was dann noch dazu kommt. Ich hab nämlich mir jetzt auch einen kleinen neuen... ...Plan gemacht. Oha! Alle mal bitte klatschen. Danke. Wir haben diesen... ...Kacki-Kack-Fisch endlich. Da. Elliot will den. Okay. Jetzt finde mal Elliot. Gibt's doch nicht. Der ist bestimmt hier hinten. Ne, auch nicht. Was ist der denn? Am Strand? Nö. Der muss ja hier irgendwo sein, ne? Ach, da bei den Schneidern. Zimmerer. Leuten. Genau. Und... ...mein neuer... ...Upload-Plan ist dann auch schon mit. ...dem neuen Spiel. Also hab ich schon so geplant, dass wenn ein drittes Spiel dazu kommt. Wie wir das machen, den würde ich dann auch die Tage... ...einmal hochladen. Genau. Da ist er. Bitteschön, nimm ihn. So. Nimm nie wieder einen Fisch an. Fehlt uns trotzdem noch der andere. Bäh. Ich lass mich immer so schnell ablenken. Aber ich glaub, ich hab alles gesagt, was ich zu sagen wollte. Zu dem neuen... ...Plan meiner Pläne und so. Hm, das brauchen wir nicht. Haben ein schleckere Schwerte jetzt. Los. Ich mein... ...gibt's einen? Ne, ne. Ne, ne. Die frag mich, wann wir da rein können und was es da denn gibt. Also... ...ob das denn so eine Art zweite Mine... ...irgendwann ist. Oh, was bist du denn? Achso, kenn ich schon. Na gut. Tag auch hier schon wieder fast vorbei. Wo sind wir? Ach, hier sind wir. Dann würde ich einfach schon mal Käse machen. Oder wir versuchen diesen anderen Fisch zu finden. Das wär natürlich super Glück. Wenn wir den auch noch finden wollen. Ja, stimmt. Vielleicht kommen die halt nur bei Regen. Ach. Wären's wenigstens Seaweed gewesen wäre, ne? Das hab ich echt nicht gefunden. Vielleicht gibt's das auch nur im Frühling. Einen Grayling. Ne, den brauchen wir nicht. Ha. Na gut. Aber wenigstens etwas heute geschafft. Vor allem diesen doofen Fisch. So. Ja, schwimm mal nicht zu weit weg. Oh, na, jetzt war ich zu veräulich. Okay. Hui. So. Taschen-Simulator. Wie. Bi-pa-pa-pa-pa. Bupu-pa-bi. Ich glaub, der Rest kommt drin rein. Tiere sind auch versorgt und drin. Das passt dann ja schon mal. Was kommt da rein? Ach, den Fisch haben wir noch gar nicht. Den hätte ich da. Okay. Egal. so ne ich werde diesen fisch nie wieder fangen könnte vergessen ich will nie wieder angeln ist echt nicht meins wir können uns ja mal das beekeeper angucken ich meine schon süß oder warte und denn mit diesem hut ahaha ist das süß wir haben ja unser cape noch ist das niedlich aber das passt gerade nicht zu saugen bin zwar echt kein halloween freund aber es ist gerade halloween phase kann ich wenigstens im spiel bisschen halloween nicht sein auch wenn das vielleicht noch nicht so halloween artig ist aber naja ich gehe mal noch mal einen stall weil was ich gerne vergesse weiß nicht ist euch bestimmt schon aufgefallen für meine thumbnails paar bilder zu machen das vergesse ich immer jetzt hätte ich das essen doch da rein das kommt da das kommt dann da rein der ist so allein eigentlich müssen wir einen hohen kaufen oder ich frage auf wozu das nest ist also können wir doch nicht einfach unsere eier reintunken reintunken genau ich verkaufe jetzt einfach hier der wird verkauft den muss ich spenden ach so ja ne das machen wir nicht wobei schaffe ich noch oder ich habe keine lust mehr ich will den nicht spenden gehen ich hacke lieber holz oder so das ist auch eine sehr wertvolle arbeit putz und räume hier mal ein bisschen auf das wird spät ich bin ja gespannt ob mit dem update am 18 also da soll ja auch mit den partnerschaften wohl einiges kommen denn aber ich frage mich ob die dann auch das mit der sprache machen das ist auf deutsch ich meine so dramatisch ist es für mich selber jetzt nicht aber es ist ja schon ein bisschen schöner wenn es dann auf deutsch ist vor allem dann könnten wir vielleicht mehr die gespräche nachverfolgen da ich auch sehr also momentan ja die gespräche einfach durchskippen und gar nicht mehr so übersetze aber meine finger handeln da auch meistens schneller als mein kopf deswegen ja passiert das leider mir immer aber ja wäre ja schön wenn es auf deutsch kommt so mal sehen wie wir diesmal erreicht haben in dieser folge oh ja doch doch gar nicht mal so schlecht für zwei quest und so denn danke dass ich wieder mit dabei wart ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten folge bei 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 bei